Und nun haben wir wieder das Neueste aus der Sportregion für Sie. In der ersten Handball-Bundesliga haben die Damen der Tuss Metzingen das Heimspiel gegen die HSG Bad Wildungen klar mit 39 zu 29 gewonnen. Vor rund 1000 Zuschauern waren Notschuh und Scheib gegen ihren Ex-Klub mit jeweils sechs Toren die besten Werferinnen. Das war ein souveräner Sieg und zwei Punkte, die gut tun für die kommenden Aufgaben, so Trainer Werner Bösch. Am Samstag darf die Tusser neu zu Hause ran, dann geht's gegen die HSG Blomberg-Lippe. Riesenjubel am Samstag auch in der Abhalle. In der dritten Handball-Liga feierte der VfL Pfullingen einen 32 zu 28 Sieg gegen den designierten Meister HSG Konstanz. Vor rund 1050 Zuschauern, darunter auch viele Fans vom Bodensee, zeigte der VfL eine bärenstarke Vorstellung. Lukas Fischer war mit zehn Toren der beste Werfer der Partie. Vier Spiele stehen noch aus. Einen ausführlichen Spielbericht sehen Sie am Montag im Sportmagazin. Der HBW Balingen-Waldstätten II zeigte beim HC Oppenweiler-Backnang ebenfalls eine gute Partie. Am Ende mussten sich die Balinger knapp mit 35 zu 37 geschlagen geben. Am kommenden Sonntag bekommt man es mit den nächsten Kandidaten für die Aufstiegsrunde zu tun, dann sind die Wölfe Würzburg zu Gast. In der zweiten Volleyball-Bundesliga setzte sich der TV Rottenburg im letzten Auswärtsspiel der Saison mit 3 zu 2 beim TSV Grafing durch. Der TVR steht punktgleich mit Goethe auf Platz 3. Zum runden Chaos ist am Samstag mit Delitzsch der abgeschlagene Tabellenletzte zu Gast. Der SSV Reutling muss weit um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg bangen. Beim Tabellenführer FC 08 Villingen kassierte der SSV eine 0-3-Niederlage. Rodewald brachte die Gastgeber mit zwei Toren nach einer guten halben Stunde vor rund 1000 Zuschauern in Front. Lissera markierte in der 68. Minute den Endstand. Weiter geht's für die 05 am Samstag bei Mitkonkurrenten Bietigheim-Bissingen.